So, da sind wir wieder. Hi. Der Wildtiger ist ein Daidchen. Das meine ich. So. Ist er rausgefunden? Ja, indem er Daidchen im Chat gestimmt hat. Kissen. Ratsab! Ja, haben gesehen. Ob markiert. Ja. Lass den Panzer zu mir kommen. Huch. Der Panzer schießt auf mich. Ja, das ist so das Ding von so einem Panzer. Bin schon in den kommend. Ich hab mich schon woanders hingestellt. Ich sieg's. Weil siegst du das? Ja, weil ich sieg, wo du die Hippie wächst. Meine Güte. Jetzt bist du gestorben. Jaja, der Panzer hat irgendwie... Ich hoffe das ist der Hippie. Ich helfe dir! Wie verlieren wir A zur Hölle? Lass mich deine Wunden versorgen. Ich krieg dich wieder hin. Ich krieg dich wieder hin. Ich habe ein Einsatzziel, Albert, verloren. Ich ziehe mir die Wunde mal an. Kranapes raus holt! Ich helf dir! Braucht jemand erste Hilfe? Oh, er hat mich erwischt. Kranapes raus holt! Der Panzer hat mich erwischt. Ja, auf A ist auch einer. Nein. Geh zurück. Ja. Ich nehme jetzt dein A, ey, bitte. Ich brauche den Graubmeldig vorhin. Ja, packst fest. Ah, das wird scheiße. Okay. Alles klar, bin ich in A. Was? Ernsthaft? Bin ich fast gestorben, Alter. Wir waren erste Hilfe. Passt, A, holen wir wieder. Ja. Ja, da ist ein Panzer. Auf B. Auf B. Ja, auf B ist ein Panzer. Ziemlich heftig. Ja, wieder zurück, Renner. Ja. Sieben, sechs, fünf. Ja, auf A gehe ich mir jetzt auch wieder weg. Wir müssen dieses Ziel verteidigen. Er hat mich. Hier, erste. Sniper. Fuck. Nein, nein. Jetzt war das Sni, die das mitgemacht hat. Fangen wir noch. Ich stehe in 0-3. Hey. Erobat das Ziel. Ich zieh mir die Wunde an. ernsthaft ernsthaft ja wie kommen wir jetzt weg heiho hey kinder aus dort zu meinem munitionskisten der medien die Augen. Oh. Der eine kippt, der, was bei mir war, ist jetzt tot. Ah, na, der steht da. Ich sehe nichts. Oh, hinter mir. Tättenlang. Wenn es nicht um Bumpen geht. Oh, da ist er Gasgranaten. Der kommt jetzt vier hier. Ja. Nur nicht unserem Typen zu checken. Das ist katastrophal. Der ist tot. Oh, okay. Ich lauf hinten um mich. Ah. Für dich Kamerad. Du bist verletzt. Ich seh mir das an. Verzeih. Er ist zu weich. Das ist einer ihrer Speer. Das ist einer ihrer Speer. Okay, der war schneller wie ich. Ach so, ja. Ich stehe natürlich lauf auf der unten Seite da drüben. Ja. Wir überrennen uns gerade auf A. Das ist problematisch. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir probieren uns auf A ewig zu halten. Was Ewigkeiten dauern wird. Mal wieder schauen, dass wir B kreieren. Mal wieder schauen, dass wir B kreieren. Ich würde sagen, wir machen als Befehl A. Und wir probieren uns hinter die Linien zum Kämmer. Okay. Okay. Ich seh mir die Wunde an. Erste Hilfe. Ich hoffe das Zeug nützt was. Hier. Erste Hilfe. Was ist das? Ja, der ist sehr schlecht. Ich bin gerade vor. Ich sehe es. Ich bin hinter dir. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Schaut gut aus. Ja. Erste Hilfe. Greif zu, Mann. Das Ziel da. Erobern. Der Bunker da hinten ist safe. Ja. Nein. Wo ist der? Er ist gerade bei dem Haus. Er rauf gerade rauf. Er steht im ersten Stock. Er zückt gerade rüber zu euch. Er läuft jetzt gerade in den hinnigen Bunker. Er steht bei dem hinnigen Bunker. Nein. Okay. Wir haben A, aber wir verlieren alle anderen. Es gibt nur zwei Punkte. Also so ist wahr. Oh, dann wieder zurück, Jungs. Natürlich. Hin und her laufen. Ja, das ist die beste Taktik in dem Spielmodus. Ja, selber greif zu, Mann. Du, hin drüben. Ja. Aber da sind zwei Leute, die sind einfach mörsen. Ja, selber greif zu. Ich habe ja noch einen schnellen Sanitätspackerl hingestellt. Dann kommen wir zu dir. Hallo, keine Frage. Wow. Das hat sich okay. Das war jetzt gerade raufgangen. Ja, jetzt hat er mich. Eipa. Ja. Ja. Deswegen geh mal ein bisschen und da unten laufen. Ja, ich war in die Klebe drin, aber die haben mich da überrennt. So, gut. Dann geh ich mal auf A um. Ich bin ganz böse von hinten gekommen. So, voll rein da. Zicke zacke, Hühnerkacke. Ich brauche Munitionskästen, sobald du eine hast. Bei mir bitte. Bin da. Ja, 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 ja. Da im Krotter. Ist hingestellt. Danke. Dann hat er noch mal eine da. Uhu, grüß euch. Da unten liegt eine im Loch. Im Loch? Auf welcher Seite? Ja, in der großen Absperrung. Genau vor mir liegt er. Okay. Jetzt geht er zur Mauer. Jetzt sitzt er. Jetzt steht er genau an der Mauer. Jetzt steht er tot. Du? Na, na. Na, ich bin schon ausgegangen. Ich hab doch die Partie. Na, ich bin nur mal zurückgegangen, weil es einfach Zwie waren. Fuck. Nein, pardon mir. Wir haben ihn. Ja. Dann geht es wieder runter auf B. Natürlich, warum nicht? Ja. Du, die Taktik funktioniert am besten. Wir haben es schon auf 123 unten. Wir haben noch zu früh oder später über Weihnachten. Ja. Irgendwann schnell schneller als wir mit dem Wechsel. Bei uns wechselt immer noch eine Gruppe und das ist unsere. Ja, aber das passt ganz gut. Und wir treffen wenigstens die anderen und schauen, dass sie so wie möglich wegrennen. Da ist ein Panzer. Wo? Ja, auf B. Fingert. Er fahrt gerade runter auf B. Ja. Ich bin mal als Panzerbrecher kurz. Nein. Verdammt. Ich war ihm gerade hinten nach, aber der hat überrissen wo ich bin. Aber ich glaube wir dürften es schon wieder kriegen. Ja. Ich glaube der Panzer ist weg. Ja. Wir müssen aber schneller. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach dich frei. Besse. Jetzt mal da. Granatel mal die hintere. Der Ruhi ist im Gordon. Jetzt habe ich dich nicht gesehen, du kleine Sackrate durch. Einmal ja. Passt. Der Punkt gehört uns. Ja, aber Brandgranaten hat mich gerade erwischt. Wir haben ihn. Wir haben beide. Ja. Ich sage nicht, geh aus der Schusslinie. Ich bin aus der Schusslinie. Nein, ich rede mit meinem Typ hier. Ja super. Panzerbrechergranate mit. Ich sehe nichts. Das ist ja lustig. Ja, du sollst überleben. In 6 Sekunden können wir kurz erst kommen. Uhu. Uhu. Tot, 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 tot. Hier, erste Hilfe. Ich krieg dich wieder. Danke. Schlitter. Meine Fresse läuft heute nicht auf. Hast du recht. Wir haben B verloren. Das ist uncool. Hahahaha. 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 Errobert das Ziel doch. Oh, der Steck hat nichts. Passt's. Ah, der Sani, der zweite. Das ist ein bisschen rausgeführt. Das hast du jetzt auf B jetzt weggehalten. Also 2 Sturmsoldaten, 2 Versorger und 1 Sani. Das ist eine gute Combo, in meiner Meinung nach. Ja, nur, dass ich dahinter euch stehe. Ich geh gleich gerade den Ruppen ab. Jo. Das passt eh ganz klar. Der beschissen ist, weil ich der einzige verliebende Bingo. Uh, da hinten sind wir unterwegs. Sehr schön. Die laufen gerade auf eine Zürde. Äh, ich denk's mal. Hier! Erste Hilfe! Da hab ich was von dort rief. Wenn's anfängt zum Untergehen, werd ich's angreifen. Lassen von uns am Trupp. Wir verlieren Einsatzziel Alba. Wir dürfen das Ziel nicht verlieren, verteidigt es! Und weglaufen! Oh, fast! Schauen wir mal! Und weglaufen! Oh, fast! Schauen wir mal! Auf B, oder? Jo! Oh! Und wir sind auf A rum, oder wie? Ja! Okay! Dadurch, dass wir's verloren haben, wir haben's schon auf 57 gewonnen. Das heißt, über 100 haben wir ja noch schon abgezogen durch die Taktik. Und das! Find ich nicht schlecht! Panzer auf A! Ja, ja! Bin unterwegs, bin unterwegs! Uh, das könnte flüssig werden! Hallo Freunde! Erst helfe! Jetzt schon! Ah, ja! Uh, 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 uh! Beide weggekriegt! Wo bist du? Munitionskisten steht da! Genau, auf die hab ich gewahrt. Ah, verdammt! Wird's erwischt! Turm, genau in der Ecke! Jawoll! Guter Wiescht! Danke! Da ist, sind's ein Poker! Jo! Zu spät! Drei Leute! Sektor down! Scheiße! Aber wir haben... Ah, verdammt, Alter! Okay, wohin? Ah! Den Fetten werden's nicht kriegen! Die Panzer zu wecken! Na, aber umso mehr die jetzt von uns killen können! Ah, verdammt, Alter! Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten! Umso besser ist's für sie! Oh, fuck! Ich bin's dämlich! Und... Ich bring mich auch selber mit einer Brandgranate! Hör wir jetzt um? Zum vorn! Ja, ich hab statt F auf G druckt! Hallo, Leute! Uhuhu! Bye, Granate! Hi, Panzer! Hier, erste Hilfe! Hopps! Der hat mich gesehen! Wo ist er? Nein, er steht jetzt im Haus, da wo ich lieg! Aber du bist nicht einmal bei mir in der Nähe! Das ist ein Feuer! Nein, jetzt bist du bei mir in der Nähe! Er steht bei dem Fenster da, wo wir Feuer ausgeschossen haben! Jetzt läuft er weg! Jetzt ist... Bist du tot! Ja, da war Haftmina am Fenster! So, die Sache! Die greifen B aus! Will man auf B umentscheinen? Äh... Ja! Warum schafft es hier so unter Beschuss zu sein? Beide gleichzeitig! Ich ne, die stehe da! Vor allem in safe Position! Ah, wer hat es gerade von einem Merser angeschossen? Nein! Die kriegen ja immer Schaden, Leute! Die verlieren doch grad! Ei, Pusche! So! Ich gehe bis hier oben! Ziele erobern! Los doch! Da rum! Muss ich mich selber umbringen! Doch! Schatz! Wie können wir beide Ziele verlieren? Ja! 3, 2, 1! Geh nicht ins Gefecht, bitte! Jetzt bin ich da! Geh nicht ins Gefecht, bitte! Für dich, Kamera! Geh mich grad auf B-Liege und überleben probier! Ja! Jetzt werden wir uns erstmal in B-Zock! Ich krieg grad ganz Zeit irgendwelche Herzen! Äh, irgendwelche Orden! Ja, ja! Ich glaube, wir haben Sni drin, oder? Ja, das sind die Versorgung, so krieg ich auch die ganze Zeit! Gut, laufen mal einen langen Weg! Legen uns da schwer auf den Hügel! Und schiessen mal, was das Zeig haltet! Fack, fack, fack! Da ist ein leichter Panzer! Uh! Unter der Schuss! Ups! Christopherus Orden! Johnny! Ah, von der anderen Seite! Johnny! Nein! Ah, ich lieg! Johnny ist tot! Äh, ich probier irgendwie auf A und mit Scream! VB! Ja, das machen grad alle! Ah, da kriegt's eine Bahngranaten! Ah, leichter Panzer kommt auf B! Wow, da kommen wir gleich zwei! Wow! Oben auf dem Baum ist auch noch alle gestanden! Das hab ich nicht gesehen! Ich hab nichts weiter gesehen! Oh! Ja, vor mir ist auch alle gestanden! War ein 20G! Nur noch! War Panzer, Baumörser! Ja, wir machen das aus Style! Ja, der Ballou ist drin! Ich werd von der Seite hoch geschossen! Scheiße! Ich bin auch da. Ja, ich nicht. Holz an, Holz an. Sind wir gerade dabei. Die joinen eh schon verrückt bei mir. Wo ist denn der? Wer? Der schaffe Schütze, der was irgendwie auf mich schießt. Keine Ahnung. Der nervt ein bisschen. Ja, und jetzt? Wir haben auch. Und das werden wir jetzt halten bis zum Schluss. Das war die erste Runde. Wir sehen uns dann in der zweiten. Bis dann. Ciao, ciao. Bis auch.